Neue Behandlungsverfahren in der Myomtherapie. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Wenn die Regelblutung immer stärker wird, wenn sie immer länger dauert und wenn Schmerzen dazukommen, dann können die Ursache Myome sein. Das sind gutartige Geschwurzte in der Gebärmutter. Was tun, wenn ein Kinderwunsch besteht? Wie kann man diese Myome möglichst schonend operieren? Das ist unser Thema heute. Bei mir ist Dr. Tina Kadenbach-Blome. Sie ist Chefärztin der Allgemeinen Gynäkologie und Urogynäkologie an der Asklepios-Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben. Vielen Dank, dass ich mal wieder kommen darf. Ja, und sagen Sie uns sofort, diese Myome, woher kommen die eigentlich? Ja, wenn man wüsste, woher diese Myome kommen, dann hätte man wahrscheinlich eine Therapie, die man behandeln könnte oder anfangen könnte, bevor die Myome Symptome machen. Leider wissen wir heute nicht, warum diese gutartigen Muskelknoten entstehen. Bekannt ist, dass die Muskelzellen, die in Reihe und Glied im Gebärmutterkörper hinter der Gebärmutterschleimhaut liegen, dass die auch auf die Hormone reagieren. Und dass manchmal dann eine dieser Zellen denkt, ich finde diesen Verbund hier ziemlich langweilig, ich möchte mich teilen. Und dann fängt diese Zelle an, sich zu teilen. Und daraus können riesige Knoten entstehen, reine Muskulatur, nie bösartig. Und dadurch können eben Beschwerden entstehen. Ja, dass das Schmerzen verursachen kann, kann man sich vorstellen. Warum wird die Blutung länger? Also es gibt verschiedene Ursachen dafür. Das eine ist, wenn jetzt unter der Schleimhaut, die ja millimeterdünn ist eigentlich in der Gebärmutterhöhle, wenn da Myome sitzen und eine Irritation der Schleimhaut oder ein Druck auf die Schleimhaut passiert, dann kann das die Blutung verlängern. Außerdem kann eine Gebärmutter, die so durchknotet ist oder ein, zwei Knoten auch nur an den richtigen Stellen hat, sich nicht mehr so effektiv zusammenziehen. Und dann können eben Irritationsblutungen, Zwischenblutungen, verlängerte Blutungen, schmerzhafte Blutungen, das alles kann auftreten. Ist das eine Frage eines bestimmten Alters? Grundsätzlich sagt man, vor dem 25. Lebensjahr sind Myome sehr selten. Aber man muss sagen, die Häufigkeit ist schon enorm. Nicht jede Frau hat ein Symptom. Zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr haben fast 60% aller Frauen diese Muskelknoten in der Gebärmutter. Aber nur knapp die Hälfte davon hat Symptome. Problematisch sind halt die Myome, die sehr früh bei den Frauen auftreten. Und da wir ja heutzutage immer später unsere Kinder bekommen, kann es sein, dass dann sozusagen das Myomenwachstum und der Kinderwunsch sich gegenseitig in die Quere kommen. Genau. Wie sind denn Myome eigentlich bisher behandelt worden? Also wenn die Myome ohne Symptome sind, dann hat man sie gar nicht behandelt. Dann hat der Frauenarzt das wahrscheinlich im vaginalen Ultraschall gesehen. Es wurde benannt, aber nicht behandelt. Wenn dann bei Kinderwunschpatienten man den Verdacht hat, das liegt daran, dass zum Beispiel ein Myom da sitzt, wo der Eileiter abgeht oder eben unter der Schleimhaut, dann wurden diese Myome oder werden diese Myome häufig operativ durch einen Schnitt in der Gebärmutter, entweder durch die Gebärmutterhöhle oder von außen entfernt. Also entweder durch die Gebärmutterhöhle oder laparoskopisch durch die Haut durch, sozusagen durch den Bauch. Genau. Und bei sehr großen Myomen macht man tatsächlich auch heutzutage, muss man dann irgendwann auch einen Bauchschnitt machen, weil man einfach minimalinvasiv dann an eine Grenze kommt. Das heißt aber, es wird die Gebärmutter wirklich aufgeschnitten, die Muskulatur wird geschnitten und es entstehen Narnen in der Gebärmutter. Deshalb ist ja die Empfehlung, wenn man so eine Myom-Operation hatte, dass man bis zu einem Jahr warten soll, bis man den Kinderwunsch dann aktiv umsetzt. Was natürlich für die betroffenen Frauen ein langer Zeitraum ist. Ja, ja. Welche Möglichkeiten hat man denn bisher noch verwendet, um den Myomen Herr zu werden? Man hat ja unter Umständen auch den gesamten Gebärmutterkörper entfernt. Genau. Wenn wir eine Gebärmutter haben, die eben sehr groß geworden ist, mit sehr vielen Myomen, dann empfiehlt man bei Frauen, die keinen Kinderwunsch mehr haben, hat man bisher immer empfohlen, dann doch die gesamte Gebärmutter oder den Gebärmutterkörper zu entfernen. Was natürlich auch ein richtiger invasiver Eingriff ist, selbst wenn wir das heutzutage routinemäßig minimalinvasiv durchführen. Für Patientinnen, die keinen Kinderwunsch haben, gibt es auch Methoden, zum Beispiel von unseren Radiologen durchgeführt, radiologische Kollegen. Zum einen die Myomembolisation. Da werden Plastikkügelchen über einen Katheter in die Gefäße des Myoms gebracht. Dadurch verstopfen diese Gefäße und das Myom stirbt ab. Problem ist, dass davon 10 bis 30 Prozent der Frauen ein sogenanntes Postemboliesyndrom bekommen und wirklich intermittierend Schmerzen haben, Unterbauschmerzen während dieser Absterbephase der Myome. Und eine andere Möglichkeit ohne Schnitt ist immer noch der fokussierte Ultraschall. Wenn die Myome direkt unter der Bauchdecke liegen, dann kann man die mit Ultraschall sozusagen auch verkochen. Das ist eine sehr limitierte Therapiemöglichkeit, weil die eben in einer ganz bestimmten Lage liegen müssen, die Myome. Es gibt auch die Möglichkeit, Medikamente zu nehmen. Problem, es sind immer Medikamente, die den Hormonhaushalt beeinflussen. Das heißt, für die Kinderwunschfrauen schon mal nicht möglich. Und viele Frauen wollen ja eigentlich gar nicht noch mit Hormonen anfangen, wenn sie sozusagen eigentlich auch gar keinen Kinderwunsch mehr haben, sondern kurz vor der Menopause stehen. Ja, oder sind froh, dass sich das so eingespielt hat mit den Hormongaben, die man von außen vielleicht bekommt. Genau. Genau, und man sich damit wohlfühlt. Das heißt also, wir beide sprechen jetzt über die Gruppe der Frauen, die Kinder bekommen möchten noch und über die, die so 10, 20 Jahre drüber sind, würde ich mal sagen. Genau, also es gibt eben eine neue Therapiemöglichkeit, die wir in Altona als einzige Klinik in Hamburg durchführen. Und die ist für Patientinnen ab Kinderwunsch bis sozusagen zum Erreichen der Menopause. Wobei man sagen muss, dass auch Patientinnen, die eine sehr große Gebärmutter haben und ihre Regeln nicht mehr haben, natürlich auch irgendwie das Recht haben, ihre Gebärmutter behalten zu dürfen, wenn es da eine Therapiemethode gibt. Jetzt haben Sie aber eine Spannung aufgebaut. Also wir sprechen heute über das sogenannte Sonata-Verfahren. Das ist in Medizinerdeutsch eine Radiofrequenzablation von Myomen. Und übersetzt heißt das, wir verkochen die Myome in ihrer Umgebung. Das heißt, wir lassen die Myome, wo sie sind, wir verkochen die Myome und der Körper baut dann das zerstörte Gewebe ab. Und im Endeffekt sieht man von den Myomen nach circa neun Monaten im Ultraschall kaum mehr etwas. Wie kommen Sie denn da hin zum Myome? Wir haben tatsächlich an diesem Gerät die kleinste Ultraschallsonde der Welt. Die ist acht Millimeter breit. Und so wie man zum Beispiel auch eine Ausschabung macht, geht man mit dieser Sonde in die Gebärmutterhöhle ein. Dann haben wir diesen Ultraschall, der natürlich besonders gut eine Darstellung der Gebärmutterwand erlaubt, weil wir eben im Organ selbst drin sind. Dann stellen wir uns die Myome dar. Und dann werden Sonden vorgeschoben, die zwischen denen eben das Gewebe erhitzt ist. Das heißt, ich habe einen Bildschirm, der mir genau sagt, hier ist der Zielbereich, hier wird die Hitze entstehen. Und ich muss natürlich verantworten, dass das auch wirklich nur in dem Zielbereich ist und kontrolliere, bevor ich mit der Prozedur anfange, über diesen Ultraschall, dass ich innerhalb der Grenzen dieses Myoms bleibe. Und das Prinzip ist dann, das Gewebe zu erhitzen. Dadurch stirbt es ab und wird dann abtransportiert mit der nächsten Menstruation zum Beispiel. Also über die nächsten Menstruationen. Es dauert ja doch nicht die ganze Zeit. Genau. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie unser Körper mit solchen Arealen umgeht. Tatsächlich gibt es auch die Möglichkeit, dass Anteile dieses Myoms in die Gebärmutterhöhle protulsieren. Dass die Patientinnen berichten, oh, die nächsten zwei Menstruationsblutungen habe ich gemerkt, da kamen so kleine Knötchen mit. Dann ist es aber auch so, dass es tatsächlich einfach aufgelöst wird und über die Blutbahn und die Lymphe abtransportiert wird. Und ganz selten kommt es mal zu Ausstoßung von größeren Anteilen in die Gebärmutterhöhle, die man dann eventuell noch mit einer ganz kleinen Narkose sekundär entfernt. Ja, genau. Das war noch mein Stichwort. Wenn Sie das erhitzen auf doch einige Temperaturen, tut das dann weh während dieses Eingriffs? Oder gibt es da eine Narkose? Oder wie machen Sie das? Genau. Also der Eingriff wird in Narkose durchgeführt. Und je nach Anzahl der Myome, Größe der Myome, Dauer der Applation, Dauer der Erhitzung, Dauer der Erhitzung, dauert der zwischen 15 Minuten und auch einer Stunde. Die Patientinnen, die wir bisher in Altona behandelt haben im letzten Jahr, haben in der Regel keine Schmerzen angegeben, kamen mit einer üblichen Schmerzmedikation von leichten Schmerzmedikamenten hin und hatten vielleicht noch eine ganz leichte Schmierblutung. Aber man muss sagen, es ist ein sehr wenig invasives Verfahren. Die Patienten sind nach zwei Tagen eigentlich wieder vollumfänglich, alltagstauglich, einsatzfähig. Und wir sind sehr froh, dass es eben jetzt so eine Möglichkeit gibt. Und wenn ein Kinderwunsch besteht, wie lange muss man danach warten? Es ist eine neue Methode. Sie wurde in Amerika entwickelt und im Moment sind weltweit 3000 Patientinnen damit behandelt. Es gibt mittlerweile fast 50 Schwangerschaften nach dieser Prozedur. Die meisten Babys sind spontan auf die Welt gekommen. Die Empfehlung, die im Moment unter den Experten, unter den Anwendern sozusagen den Frauen gegeben wird, ist, dass man drei Monate warten soll bis zum Eintritt einer Schwangerschaft. Es gibt in Amerika den Dr. David Tube, der hat diese Methode erfunden. Ich habe letzte Woche noch einen Call mit ihm gehabt und er hat gesagt, er empfiehlt mittlerweile, dass man eigentlich gar nicht mehr warten muss. Also wir hier, weil die Methode in Deutschland, die wird zwar seit 2013 in Studien angewendet, aber wir eben sind seit einem Jahr dabei. Wir empfehlen im Moment drei Monate zu warten. Und tatsächlich gibt es bei uns auch jetzt die erste Schwangerschaft nach der Durchführung der Sonata-Methode. Ja, dann wäre es ja vielleicht interessant zu wissen, warum man überhaupt warten sollte. Also die Idee, also wenn wir jetzt zum Beispiel das vergleichen mit den herkömmlichen Methoden, dann haben wir ja eine Narbenbildung in der Gebärmutter. Und da ist diese rationale hinter der Aussage, man soll ein Jahr warten bis zur Umsetzung des Kinderwunsches, dass das Narbengewebe sich festigt und dass das Risiko zum Beispiel während der Schwangerschaft einen Riss der Gebärmutter zu erleiden, dass das sinkt. Und wir haben halt in Deutschland den Konsens, dass wir gerne nochmal einmal einen Ultraschall machen wollen und gucken wollen, haben wir schon eine Verkleinerung, ist das Myom wirklich, also sehen wir das, was passiert. Sehen können wir das aber erst nach drei bis vier Monaten tatsächlich im Ultraschall, weil manchmal die Myome sogar größer werden nach der Prozedur, weil Wasser einströmt, es gibt ein Gewebeödem. Und das müssen wir unseren Patientinnen auch sagen, nicht wundern. Die erste Regel kann deutlich nochmal mehr sein. Und wir haben unsere Patienten auch nachbefragt und da ist tatsächlich so, dass in der Regel nach dem zweiten Zyklus die Patienten sagen, so, jetzt merke ich, dass ich eine deutliche Besserung habe des Zykluses, der Blutmenge. Und deswegen haben wir uns in Deutschland geeinigt, also Kinderwunsch, wir wollen einmal gucken, ist denn, passiert da was in diesem Myom? Also warten wir drei Monate und geben diese Empfehlung. Und jene Methode hat ja ihre Grenzen. Also was geht nicht mit Sonata? Myome liegen ja an verschiedenen Stellen in der Gebärmutter. Es gibt zum Beispiel Myome, die sind mit einem kleinen Stiel in die Gebärmutterhöhle reichend. Die muss man herkömmlich am Stiel abtragen, im Rahmen einer Gebärmutterspiegelung. Genau das Gleiche gilt, wenn die Myome an einem Stiel in die Bauchhöhle ragen. Die können wir mit Sonata nicht erreichen. Es gibt auch Myome, die so weit über den Rand der Gebärmutter, über den eigentlichen Rand hinausragen, direkten Kontakt dann zum Darm oder zu anderen Organen haben. Da müssen wir aufpassen, weil da können wir vielleicht nur die Basis des Myoms erwischen, aber nicht das ganze Myom. Das heißt, die Anzahl der Myome ist jetzt nicht so entscheidend, sondern die Lage. Also eine individuelle Entscheidung. Es ist eine absolut individuelle Entscheidung und es muss ein Ultraschall und eine Diagnostik und eine Einteilung der Myome erfolgen. Und dann können wir den Patienten sagen, ob sie für die Methode in Frage kommen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Bitte sehr. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.